Hallo Leute, Willkommen zu Walking Wild Robots Let's Play. Dieses Let's Play wird über mein Handy abgespielt. Also, und nicht wundern, dass ich was anderes noch manchmal rede, denn ich telefoniere gerade mit meinem Freund. Also, ja, wie ihr seht, habe ich hier eine sehr starke Waffe obendran, eine Artillerie, sehr sehr stark, und dreimal Lenkraketen, die alle gleichzeitig abgefeuert werden. Ich bin nicht unter 12, also, ja, also, ich werde nach 2 Minuten das Let's Play auch verändern, also, beenden, denn das soll euch nur Einblicke geben, dieses Let's Play, aber soll euch nicht ganz zeigen, was man hier drin macht. Das soll euch nur ein paar Einblicke geben, ja. Also, ja, das kann man, das wird man bei YouTube finden, das Let's Play, weil ich das diesmal nicht, diesmal nicht live mache, sondern, sondern mit einem Aufnahmeprogramm meines Handys aufnehme und das, ne, und dann auf YouTube stellen werde, eben. Doch, ich habe auch mithören. Ich hoffe, das wird nichts ausmachen. Ja, Leute, ich, hier ist leider gerade ein bisschen schlechter empfangen, ja, jetzt geht's wieder. Ja, und dann, tschüss, Leute. Das war das erste Let's Play von Walking Raw Robots.